hallo hallo tschüss ja willkommen zu mit krafttogener ja das neue lieblingswort ich weiß schon du sollst mal zeigen was wir gebaut haben was wir umgauiges gezimmert haben wir das bücherzimmer haben eigentlich fertig gebaut und den boden haben wir geändert und was soll das jan musste sein ich hab den dreck zu viel hier in dem wien mal anstatt dir hinzuwerfen fahr ich einfach mal mein kart weg es ist keiner drauf gekommen ja der jan ist wieder mit dabei wie man schon gehört hat tp hier bla ach scheiße geht ja gar nicht der ist ja mein kochen noch mal matthias ja okay das war jetzt die überraschung für mich jetzt guck dir mal deine überraschung an gehen wir ins bücherzimmer wenn ich hochkomme okay was hast du jetzt schon wieder gemacht auch mann alter alles klar kannst du den scheiß mal lassen natürlich ja ich bin gespannt wann dies eintrifft ja wir haben keinen plan was er bauen also ich bin schon ja du schon du hast keinen plan wir müssen doch eine strandhütte bauen fällt mir immer so ein das will irgendwie keiner ich werde zwar voll dafür aber irgendwie will keiner die bücher brauche ich jetzt auch nicht so ich würde sagen wir plündern den clean stone aus dem ofen den der jan reingesetzt hat schön ja hallo spinni warum ab du blöde spinne aua 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 du hast verdient ne ja da hinten ist so ein riesenhaus und irgendwie packt da glas in der luft rum hat da etwa wieder ein admin rumgefuscht natürlich nicht machen doch die admins nicht ich komme ich darauf haben wir clean stone musst du den ofen blündern um jan ok wo ist denn der dort wo viele crafting boxen stehen alles klar ich meine ach nee ich meine alles mehr schon die öfen ich meine da wo eine crafting box ist das sind ja nicht viel die an die firma dank bitteschwimmen moment matthias wo ist mein innenarchitekt er ist gerade beim arbeiten ja ich brauche jemanden der hier plan hat klar nach dem leben das wird nichts abreißen juhu holz gesetzten gleich wieder abreißen wunderschön ich weiß noch nicht wie ich das strandhaus gestalten soll ich weiß noch nicht so eine ist heute ein bisschen verwirzelt neun die sind konfus eine stunde später kannst du jetzt endlich mal helfen ja gleich eine stunde stecken mitten wann kannst du jetzt endlich mal helfen patrick ja ich weiß ich habe mir die stelle ging ich brauche jetzt einfach mal drauf los jetzt sieht sie aus wie nur keine ahnung wie eine sichel das strandhaus ja ich brauche so ein grundriss wir könnten das strandhaus nach dem vorbild eines vierkanthofes bauen oder wir machen das einfach quadratisch rechteckig genau ein vierkant hoch ich werde nix sagen aber das haus sieht total komisch aus wo hast du das gehirn gebaut nicht porten nee das nicht aber das haus an sich sieht komisch aus das muss natürlich auch wieder so ein meisterwerk der architektur werden wie das erste haus ich sag dazu nix die kamin der sieht immer noch so richtig scheiße aus ja ich weiß aber den will ich nicht machen wer das ist nicht mal angezündet wird ist mir ist einfach zu blöd du kannst nun zum die hat wohl ich kann mich entzünden doch mit so leiden und diskoniert aber das feuer brennt bei dir geht's vielleicht bei mir geht's nicht doch das geht schon wenn es auch noch hinkriegt ja wo ist ein hacker cheater noob cheater noob block bann kopf abreiß rein kack umrühr fertig umrühr ei reinklatschen fast in ofen schieben fertig ist der kuchen so ich baue mir jetzt mal ein zimmer für mich naja von zimmern haben wir ja erfahrung vor allem wenn man einen gang runter baut mit der diamant hacke wie geht ein schild ein schild ja so wie ein schild aussieht brauchst du einen stock und sechs holz ich hab zu wenig holz der ist ganz holz hab ich bei mir da würde ich sagen musst du wieder die wand herhalten oh jetzt hör mal auf die wand abzuholzen mit dem hast du angefangen nein das ist eine lüge so gucken mal naja der olubohan will ja nicht mitmachen bei dem baumhaus das strandhaus ach genau ein baumhaus wir hatten gerade die erleuchtung aber zuerst mache ich mein zimmer fertig dann müssen wir bäume pflanzen ja wir brauchen wir bauen auf einen richtig fetten mammut baum dafür bin ich dann zuständig schiak Päine schiak schiak das auch